The Ancient Economy ist ein von dem amerikanischen klassischen Philologen Moses Finley verfasstes Buch über die Wirtschaft der klassischen Antike. Die antike Wirtschaft wurde zuerst 1973 veröffentlicht. Finley beschäftigt sich mit der antiken Wirtschaft zwischen 1000 v. chr. und 500 n. chr. Finley untersucht die Wirtschaft mit soziologischen Methoden, nicht mit ökonomischen Modellen. Finley vertritt die These, dass die antike Wirtschaft überwiegend ein Nebenprodukt des sozialen Ansehens war. Die Analyse verwendet Gedanken von Max Weber und Karl Polanyi. Finley betrachtet das antike ökonomische Denken, Vermögensverteilung, die Rolle des Staates, die Funktion der Sklaverei sowie das Steuersystem. Bis heute gilt Finleys Buch als einflussreichstes Werk über die antike Wirtschaft und seine Thesen werden heute noch diskutiert. Ausgaben The Ancient Economy 1973 DT Die antike Wirtschaft dritte durch GIS Und TRW Aufl DTV München 1993 ESPN 3-423 042 277 X Vollansicht Belege Green Kevin Technological Innovation and Economic Progress in the Ancient World M. I. Finley Reconsidered Economic History Review Woll 53 No. 1. P. 32 Silver Morris Review of the Ancient Economy Edited by Walter Schiedel and Sitter von Reden Economic History Services January 3, 2003 20 Ibiza Hoop No. 2